Über den Tellerrand Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezene. Und heute bei uns zu Gast Maggie Entenfellner, Journalistin bei der Krone, Tieraktivistin würde ich sagen, weil Tiermutter würde ich nicht so optimal finden. Unser heutiges Thema ist die Frage des Tierwohls. Wo beginnt und wo endet Tierwohl? Sie haben auch zwei Hunde mitgenommen. Sie sind also auch praktisch sozusagen involviert in diese Frage. Erzähl uns mal, was Sie eigentlich so wirklich machen alles. Also ich mache sehr, sehr vieles. Natürlich bin ich die Tierressortleiterin bei der Kronenzeitung. Da haben wir einen eigenen Tierschutzverein gegründet, den Verein Freunde der Tierecke. Wir betreiben ein eigenes Katzenhaus in Wien. Da leben an die 80 bis 150 Stubendiger. Das sind Tiere, die nicht mehr weitervermittelbar sind, weil sie unrein sind, weil sie sehr krank sind. Oder auch Tiere aus sogenannten Animal-Hording-Fällen. Das heißt von Tiersammlern, das ist ein medizinischer Fachbegriff auch, Animal-Hording. Das ist wie ein Tiermessi. Die Menschen horten Tiere. Da sind 100, 100, 180 Katzen auf einem Schlag meist oder immer schlecht gehalten. Teilweise fressen sie sich gegenseitig die Kadaver auf. Also ganz fürchterlich. Und wenn solche Fälle bekannt werden, dann weiß man oft nicht, wohin mit all diesen Tieren plötzlich. Weil die Tierheime sind ja meistens leider Gottes voll. Und dann springen wir eben ein und übernehmen diese Tiere. Und all jene, die wieder vermittelbar sind, die kommen auch auf gute neue Plätze. Die anderen haben bei uns sozusagen ein Ausgedinger. Das ist wie ein Gnadenhof für Katzen. Wir nehmen auch Hunde auf. Die betreiben wir in einer Tierpension. Der größte Teil unserer Spenden, die wir auch bekommen, fließt allerdings in Tierarztkosten. Wir übernehmen Tierarztkosten von Menschen, die sich die nicht mehr leisten können. Das heißt, wir machen damit Tiere gesund und Menschen glücklich. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Weil die Menschen, die sich an uns wenden, deren Schicksale, die gehen sehr zu Herz. Oft liegt mir die menschliche Tragödie noch viel mehr am Herzen. Und ich versuche auch für diese Menschen etwas zu erreichen. Aber natürlich ist unser Fokus heute mal bei den Tieren. Und da ist es schon sehr schön, dass wir da so tatkräftig dazu beitragen können, dass wir da Tiere eben glücklich machen und die Menschen. Woher kommt die Beschäftigung mit dem Thema Tierschutz, Tierwohl? Das ist von meiner Kindheit an. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Da bin ich wirklich so aufgewachsen, wie man sich es im Märchen vorstellt. Weißt du, mit ein paar Hühnern und Schafen und Schweinen und alles, was halt auf einem Bauernhof ist. Und ich habe bei einem Schwein unter der Ferkellampe geschlafen im Stroh. Und ich bin mit den Kälbern auf die Weide gegangen und war immer todtraurig, wenn ein Tier geschlachtet werden musste. Weil das ist einfach so. Auf einem Bauernhof werden Tiere gezüchtet und herangezogen, um letztendlich in den Ernährungskreislauf einzufließen. Und das war für mich immer ganz, ganz fürchterlich. Weil es war damals für die ganze Familie immer ein sehr aufregender Tag, wenn ein Schwein geschlachtet worden ist. Das war ja selten der Fall. Wir hatten, weiß ich nicht, sechs, sieben Schweine. Dementsprechend kann man sich vorstellen, das war nicht so oft der Fall. Meistens auch für den Eigenbedarf. Und was da sehr schön war, dass mein Vater damals schon begonnen hat, das mit sehr viel Ruhe zu machen. Weil es war lange Zeit so, dass das Schlachten die Menschen eben unter Stress gesetzt hat und sie auch mit den Tieren so umgegangen sind. Quasi die Schweine rausgetrieben und alles war hektisch. Und das Tier hat die Aufregung gespürt und war noch mehr in Todesangst. Und mein Vater hat dann angefangen, die Tiere so mit einer Futterspur nach draußen zu locken. Und quasi während das Schweinchen gefressen hat, ist es dann passiert. Wurde es getötet. Genau. Ablenkungstaktik. Ablenkungstaktik. Ja, aber in Wahrheit genau das Richtige, so wie es sein sollte. Auf der anderen Seite war es auch so, dass mein Opa, der seine Tiere wirklich geliebt hat, sehr, sehr viele Fehler begangen hat. Das war üblich eben, dass die Tiere angehängt worden sind. Also die Kühe, die durften schon auf die Weide und die Kälber. Aber die Stiere, die sind dann ab dem vierten, fünften Lebensmonat an die Kette gelegt worden und sind in Wahrheit ihr ganzes Leben lang von dort nicht mehr weggekommen. Und das ist für mich so unglaublich traurig nach wie vor, weil wenn dann der Schlachter gekommen ist und die Stiere abgeholt hat, dann konnten diese Tiere, das habe ich noch direkt vor mir, die konnten kaum gehen, weil sie es nicht gewohnt waren. Und darum ist es für mich auch so ganz besonders wichtig, dass wir in Österreich diese sogenannte permanente Anbindehaltung endlich abschaffen. Wir haben es im Bundestierschutzgesetz verankert, das ist mit 01.01.2005 in Kraft getreten, dass die permanente Anbindehaltung von Tieren verboten ist. Bei den Pferden haben wir es geschafft, bei den Rindern leider Gottes noch nicht. Es sind noch immer ca. 13.000 Rinder in Österreich, die so leben müssen. Und das ist für mich einfach ein barbarischer Akt, der in dieser Zeit, in diesem Land nichts mehr zu suchen hat. Aber ich denke, das hängt ja auch damit zusammen, dass es hier sehr lange Übergangsfristen bei solchen gesetzlichen Regelungen gibt. Das heißt, es ist ja ein Auslaufmodell. Nein, leider Gottes eben nicht. Wir haben nicht mal eine Übergangsfrist. Wir haben explizit das Verbot im Gesetz verankert. Allerdings gibt es sehr viele Ausnahmeregelungen. Sei es, weil Gefahren... Es wäre nicht Österreich ohne Ausnahmeregelungen. Genau. Und das ist einfach ärgerlich. Es ist so lange her und es muss endlich Schluss sein mit dieser Form der Haltung. Dazu kommt ja, dass diese Tiere nicht nur angebunden sind, sondern in welchen Stallungen werden die gehalten. Die Stallungen sind extrem nieder, sie sind finster, es ist feucht drinnen, es ist dunkel drinnen. Die Stände sind meistens zu kurz. Also da kommen ganz viele weitere Aspekte noch einmal hinzu zu der ohnehin schon fürchterlichen Haltung. Und ich verstehe hier die Politik tatsächlich nicht, dass man da nicht endlich einmal sagt, aus, jetzt ist vorbei, wir haben das jetzt seit 2005 noch so laufen, warum haben wir das nach wie vor so? Und da gibt es immer wieder Lippenbekenntnisse seitens der Politik, auch seitens der Landwirtschaftsministerin Köstinger. Aber in Wahrheit passiert dort nichts. Wie nutzen Sie denn Ihre Lautstärke, Ihre Tierecke in der Kronenzeitung? Das ist ja ein Riesenmedium. Wie nutzen Sie es und können Sie es nutzen, zu sagen, man kann da auch politisch mitgestalten? Also wir haben hier im Podcast ja bewusst auch keine Politiker, Politikerinnen als Gäste eingeladen. Aktive Politikerinnen haben gesagt, wir möchten gerne das sozusagen ausblenden, beziehungsweise auch Parteipolitik hier außen vor lassen. Aber wie versuchen Sie die Rolle oder wie gelingt diese, die Lautstärke irgendwie zu nützen in der Einflussnahme? Im Sinne von gestalten sozusagen, weil der Vorwurf ist ja, oder wir sehen ja alle viele Missstände in vielen Bereichen des Lebens. Aber wie kann man da mitgestalten? Das ist das wirklich Schöne an der Kronenzeitung, dass wir natürlich schon eine Kraft auch haben und ich diese Kraft natürlich auch nütze und auch vieles bewegen kann. Gehen wir nochmal zurück zum Bundestierschutzgesetz. Das ist mit Sicherheit auch gelungen, weil die Kronenzeitung hier sehr aktiv mitgetrieben hat. Ein Bundestierschutzgesetz hat schon Konrad Lorenz gefordert. Es wurde immer wieder verhindert und wir haben es dann letztendlich gemeinsam geschafft. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, dass es hier noch viele Maßnahmen braucht und Verbesserungen laufen braucht. Das ist klar, aber ich bin da schon sehr dankbar, dass ich weiß, wenn wir in der Krone Artikel machen, das Thema immer wieder aufgreifen, dass es die Politik nicht mehr ad acta legen kann. Das heißt, die Politik muss sich diesem Thema absolut widmen. Und darum, doch mal auch zurück zur Anbindehaltung, ich werde auch hier nicht locker lassen. Ich habe es mittlerweile geschafft, dass sogar die Rinderzüchter, der Rinderzuchtverband dafür ist und sagt, ja, wir wollen das auch so, weil diese paar Bauern, die das noch haben, die bringen ja alle anderen quasi in ein schlechtes Licht. Und das soll es auch nicht sein. Und ich glaube schon, dass die Politik auch hoffentlich auf diesen Zug aufspringen wird. Ich werde jedenfalls da auch nicht locker lassen, so wie in vielen anderen Bereichen, wie viele es schon geschafft haben. Wir haben jetzt eine enorme Bandbreite drinnen gehabt in diesen ersten Minuten. Wir haben angefangen mit den Stubentigern und Haustieren bis zu reinen Nutztieren, die für die Lebensmittelproduktion letztendlich gehalten werden. Ich habe heute natürlich auch auf die Krone Zeitung geschaut, in die Tierecke. Der letzte Artikel war, ist dein Hund ein besserer Partner, so ungefähr hat das geheißen. Und der zweite Artikel war die Minensuchmaus. Ratte, eine Ratte war es. Die Ratte ist von uns gegangen. In Vietnam oder Kambodscha, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, dass man das irgendwie ein wenig das Thema auftröseln muss, das Tierwohl. Wir haben ein Gespräch mit Herrn Professor Grimm gehabt von der VetMed. Ein Tierethiker. Genau, Tierethiker. Und er hat gesagt, alle Tiere sind letztendlich Nutztiere. Das war der Grimm, oder? Weil sie irgendeine Form von Nutzen oder Sinn stiften in Wirklichkeit. Für den Menschen, für die Seele, für das soziale Verhalten. Für die Gesundheit. Für die Gesundheit zum Beispiel. Sind wir auch 200 mit? Heidi und Luisa, oder? Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man alles in einen Topf werfen kann. Da gibt es sicher graduelle Abstufungen. Ja, wie machen wir uns? Weil wir natürlich unsere eigenen Haustiere, die sind uns lieb, das sind Familienmitglieder. Das soll auch so sein. Ich glaube, das ist ja auch der einzige Sinn eines Haustieres, dass man es lieb hat, dass man Freude damit hat, dass man die Zeit gerne miteinander verbringt. Und auf der anderen Seite verschließen wir natürlich die Augen vor dem, was da draußen passiert in der Nutztierhaltung. Und das ist in Wahrheit das größte Leid, das weltweit passiert. Aber wir verschließen die Augen ja oft vor, wenn wir im Haus- und Heimtierbereich bleiben. Gerade was Sie vorhin angesprochen haben, also das Thema das Katzenhaus, wo Sie Katzen aufnehmen, die Messis unter den Tierhaltern, Tierarztkosten. Also ich glaube, oder für mein Gefühl, es geht nicht um, der eine Tierschutz ist wichtiger als der andere. Unser Ziel bei dieser Staffel war, darum haben wir gesagt, wir suchen spannende Gesprächspartnerinnen, um ein bisschen mehr Ding festzumachen, selber auch zu verstehen und sichtbar zu machen. Tierwohl ist so ein wahnsinnig schwammiger Begriff. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern ganz im Gegenteil. Für mich ist Tierschutz was Wichtiges und das Wohlergehen von Tieren. Und zwar vom Nutztier über das Heim- und Haustier, über Zootier, Zirkustiere, die gesamte Bandbreite. Ich finde, wir neigen oft dazu, also erstens das für sich selbst zu definieren und nicht nach Kriterien, sondern was ich empfinde. Und dann kommen Dinge raus, die aus meiner Sicht absurd sind und auch nicht dem Tierwohl entsprechen. Sei es die Vermenschlichung von Tieren, sei es das Überfüttern von Heim- und Haustieren, dass auch dort falsch halten im Sinne von, meine Ansprüche als Mensch auf das Tier projizieren. Und das gibt es, glaube ich, in allen Tierbereichen wahrscheinlich. Also Tierwohl hat ja so viele Aspekte und das versuchen wir auch ein bisschen fest zu machen. Bleiben wir mal in der Stadt Wien. Wie gelingt es denn, sichtbar zu machen, wenn da im Heim- und Haustierbereich oft vielleicht aus falsch verstandener Tierlebe die Tiere nicht richtig gehalten werden oder bis hin zu gequält werden? Das hat ja ganz wilder Ausmaß. Gemästet werden. Ja, das ist mir nicht bewusst, dass es auch Tierquälerei ist, dass ich, wenn ich ein Tier überfüttere und das Tier dick ist und dadurch einfach Leiden hat, dass das genauso unter Tierquälerei fällt. Das ist nicht schön, wenn ich meinem Hund permanent Leckerlis in den Mund stopfe. Natürlich freut er sich, aber in Wahrheit bin ich dafür da, Sorge zu tragen, dass das Tier möglichst lange gesund ist. Wie gelingt es da, das sichtbar zu machen oder wie kommen Sie denn zu den Fällen, um die sich dann kümmern können mit Ihrer Stiftung und wie gelingt es da auch irgendwie zu vermitteln, was ist denn das Bedürfnis des jeweiligen Tieres? Also im Sinne von akut was lösen, ja, aber gelingt es dann auch, eine Meinung zu verändern bei den jeweiligen Tierhaltern? Ganz wichtig ist einmal Zivilcourage. Viele der Fälle, die an uns herangetragen werden, kommen von Außenstehenden, von Nachbarn, von Freunden, vielleicht sogar von Familienmitgliedern, die uns informieren. Und wir suchen dann immer mit den Tierhaltern einmal das Gespräch. Ich bin immer der Meinung, jemanden nur anzuflaumen und ihn zu beschuldigen, das verschließt eine Tür. Druck erzeugt immer nur Gegendruck. Viel besser, ich suche das Gespräch zuerst einmal mit demjenigen, versuche ihn aufzuklären. Versuche, dass er selber umdenkt, dass er selber sich Gedanken macht und sagt, aha, das könnte er eigentlich anders machen und vielleicht sollte ich es doch so machen. Manchmal gelingt das dann nicht und dann muss man natürlich auch behördliche Wege einleiten. Machen Sie das persönlich? Das heißt, die gehen dann zu einer Wohnung hin, wo sie wissen, wo fünf Hunde, keine Ahnung. Nein, wir telefonieren. Nein, die Zeit haben wir leider nicht. Ich habe ein großartiges Team. Ich habe in jedem Bundesland auch noch eine Vertretung, aber quasi unser Head Office ist in der Kronenzeitung in Wien. Und meine Mitarbeiter sind seit vielen, vielen Jahren sind wir ein Team und auf die kann ich mich zu 100 Prozent verlassen. Und wir führen zuerst einmal immer das Gespräch, natürlich immer telefonisch, sollte es da, man hat ja dann auch Erfahrung im Gespräch letztendlich. Und sollten wir da nicht weiterkommen, dann sind wir schon so, dass wir die Behörden auch informieren. Das heißt, es gibt die Amtsdärzte, wir sind auch in ganz Österreich gut vernetzt, informieren die Amtsdärzte, untersuchen da dann, dass sie da noch einmal auch nachschauen, dem Ganzen nachgehen. Und mitunter kommt es dann sogar zur Beschlagnahme. Die Amtsdärzte kommen auch in den Heimtierbereich? Unbedingt, natürlich. Ja klar, Amtsdärzte sind für alle Tiere zuständig. Ich habe kein Tier, ich weiß es nicht. Nein, 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 Amtsdärzte sind die Behörden, die für Missstände in der Tierhaltung dazu da sind, beziehungsweise auch Hygienevorschriften auf Schlachthöfen. Natürlich, Amtsdärzte sind in allen Bereichen, wo sie ein Tier finden, ist ein Amtsdärzt auch da. Nein, ich wollte nur wissen, ob jetzt sozusagen der Amtsdärzt zu mir kommen kann, wenn der Nachbar gesagt hat, ich würde den Hund nicht artgerecht halten. Ja, kann er kommen, ja. Das geht sogar so weit, dass es ja auch im Gesetz drinnen ist, dass Katzen gesichert werden müssen, insofern quasi die Fenster, Balkone, sodass das Tier nicht in die Tiefe fallen kann. Gerade im urbanen Bereich. Wirklich, wirklich wichtig. Es fallen jedes Jahr unzählige Katzen aus Fenstern und von Balkonen. Die sind dann entweder schwer verletzt, irren dann in der Stadt herum. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Und wir melden sogar auch solche Dinge. Wenn wir eine Katze irgendwo sehen, dass die am Fensterbrett sitzt und dort ist kein Gitter, dann kann man den Amtsdärzt informieren. Der geht dorthin und dann muss der das Gitter anbringen. Auch das ist Tierschutz. Gibt es auch Tierhalterinnen, die von sich aus kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert oder bitte, weiß ich nicht, helft mir oder was mache ich falsch oder nehmt mir das Tier ab, es geht nicht mehr. Kommt das vor? Leider Gottes sehr, sehr oft. Viele Menschen nehmen sich, vor allem bei Hunden ist es so, ein bisschen auch rein nach optischen Kriterien. Der gefällt mir, der Husky gefällt mir oder das gefällt mir. Und machen sich keine Gedanken, ob sie überhaupt den Ansprüchen dieses Tieres, dieser Rasse gerecht werden können. Und dann hat das Tier natürlich gezeigt, dass irgendwelche Auffälligkeiten im Verhalten, was das Tier ja gar nichts dafür kann. Und dann sind die überfordert und die kommen schon an uns auch. Beziehungsweise gestern war auch ein sehr trauriger Fall und da sind wir auch gerne da. Menschen, die einfach krank sind. Menschen, die vielleicht sterben müssen und deren letzter Wunsch es ist, dass wir uns darum kümmern, dass ihre Tiere nach ihrem Tod auch versorgt sind und wissen, dass es ihnen gut geht. Entschuldige, haben sich eigentlich die Probleme jetzt während der Pandemie verschärft? Haben sich Leute, viele Leute Tiere genommen, für die sie eigentlich überhaupt nicht geeignet sind, für die Haltung nicht geeignet sind? Es war extrem. Also mit der ersten Pandemie, mit dem ersten Lockdown hat das schon begonnen, dass die Menschen vermehrt Tiere aufgenommen haben. Also das war irre. In den Tierheimen war nichts mehr da, die Züchter waren leer. Also es war wirklich der ausverkauf der Haustiere da. Und was wir merken ist, dass jetzt vermehrt Anfragen kommen um finanzielle Unterstützung. Dass die Menschen eben nicht überlegen, dass so ein Haustier wirklich viel Geld kostet. Da rede ich nicht nur allein vom Futter, aber da können plötzlich medizinische Probleme auftauchen, mit denen man eben nicht rechnet. Und das kann zwei, drei, vier, fünf, sechs Tausend Euro kosten. Das geht echt ins Geld. Ich finde, das ist übrigens ein gutes Beispiel für Tierwohl und Menschenwohl. Wenn du jetzt eine, sagen wir, ältere Person hast, die einsam und allein in der Pandemie, in der Quarantäne zu Hause lebt und sich einen Hund nimmt, sagen wir mal, dann ist dieser Hund ein Nutztier für sie. Kann man so sagen. Was hat das Priorität? Das Wohl der alten Dame oder das Wohl des Hundes? Das ist eine sehr philosophische Frage. Aber ich glaube, man kann auch in Gemeinschaft beide gut leben, oder? Also man muss darauf achten, dass beide Individuen voneinander profitieren und beide es fein haben. Das ist, glaube ich, das oberste Ziel. Ich als Mensch bin verantwortlich für dieses Tier und ich habe dafür Sorge zu tragen, dass es ihm gut geht. Wir haben im Vorgespräch kurz auch gesprochen, die Bandbreite eben der Tierarten oder des Zwecks, warum jemand Tiere hält eigentlich, also vom Nutztier über Haus- und Heimtiere, Zootiere und Zirkustiere gibt es, da gibt es ja starke Reglements, Gott sei Dank in den letzten Jahren in Österreich, was Zirkus betrifft, gibt es auch Fälle, die bei Ihnen auftauchen, trotzdem noch die Tierhaltung im Zirkus-Kontext? Also gibt es das noch? Das ist sehr, sehr wenig geworden. Also immer mehr Menschen fordern ein absolutes Auftrittsverbot für alle Tiere, also vom Hund übers Pferd. Aktuell sind Wildtiere verboten, oder? Wildtiere, genau. Also ich darf als Zoo, Entschuldigung, als Zirkus nicht einmal mehr nach Österreich einreisen mit Löwen, Tigern oder Elefanten. Das ist absolut verbönt. Und da gab es einen irrsinnigen Aufschrei, damals in der EU. Mittlerweile haben viele andere Länder nachgezogen. Da waren wir wirklich sehr, sehr fortschrittlich. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf auch. Aber mittlerweile etabliert sich das auch bei den Menschen und die wollen das auch gar nicht mehr sehen. Dieser Elefant, der dressierte, der sich im Kreis dreht und, und, und. Das, glaube ich, haben die Menschen mittlerweile eben im Gefühl, dass das nicht gut ist für dieses Tier. Und dann in einem Waggon zu stehen und da eigentlich in einem Waggon zu leben und hin und her transportiert zu werden, also das ist etwas Gott sei Dank, dass sich bei uns, bei den Menschen schon so manifestiert haben, dass sie es auch gar nicht mehr sehen wollen. Und genau das müssen wir bei vielen anderen Dingen auch schaffen. Eben, und da ist schon ein ganz großer Fokus bei mir bei der Ernährung. Die Menschen müssen sich mehr mit der Ernährung beschäftigen. Sie müssen mehr darauf schauen, was sie tatsächlich einkaufen. Ich kann nicht einfach nur in den Supermarkt gehen und irgendein Fleisch kaufen, weil es billig ist. Ich muss mich damit beschäftigen. Weil wenn sie draußen eine Umfrage machen oder die Menschen Bilder zeigen von intensiver Schweinehaltung und von Schlachthöfen, dann schreien alle auf und das ist Wahnsinn und das geht nicht und das ist eine Katastrophe. Wir müssen was tun. Und dann drehen sie sich um gleichzeitig, gehen in den Supermarkt und kaufen dort das billigste Fleisch. Kümmern sich überhaupt nicht, wie das Tier gehalten worden ist, wie es geschlachtet worden ist, wie lange es transportiert worden ist und aus welchem Land es kommt. Denn wir müssen ja uns bewusst sein, dass viel Fleisch, das wir in Österreich konsumieren, verkaufen, ob im Supermarkt, als auch im Restaurant, gar nicht einmal aus Österreich kommt. Wir produzieren in Österreich zum Beispiel Kälber, gerade die Milchviehhaltung bei den Kälbern ist es oft wirklich in Ordnung. Das kann man jetzt nicht anprangern. Es ist immer Luft nach oben. Aber dann exportieren wir die Kälber, weil die Mast der Kälber in Österreich zu teuer ist. Die kommen dann mitunter nach Holland. Italien und Spanien haben wir gelernt. Genau, wir haben eine ganze Folge darüber über den Transport gemacht. Mit einer Tierarztin, die den Transport begleitet. Der Trans heißt das Thema. Das ist auch eines meiner Kernthemen. Der Stopp der Tiertransporte, Einschränkung der Tiertransporte. Wir müssen es schaffen, dass wir weg vom Lebendiertransport, vom Schlachttier hin zu Kühltransporten. Das heißt, die Tiere sollen im Land geschlachtet werden und sollen dann weitertransportiert werden. Wenn wir uns erinnern, ich weiß nicht, voriges Jahr, dass mit den Schiffen eine Katastrophe, wo diese 900 Rinder auf diesen beiden Schiffen angelandet sind, weil sie die Plautzungen Krankheit hatten, eine, 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 und, 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 unter fürchterlichen... Ich gebe mir vollkommen recht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das ein ökonomisches Problem. Und wir haben das ja auch besprochen. Die Kosten der Mast in Österreich scheinen offensichtlich zu hoch zu sein. Es ist wesentlich günstiger, die Tiere auf Massenfarmern, zum Beispiel in Spanien, zu mästen und dann wieder zurück zu transportieren. Lebend oder nicht lebend darüber kann man debattieren. Aber das Problem scheint mir, dass die Nahrungsmittelkosten, Fleischkosten, in Österreich dann explodieren würden. Sie explodieren es sowieso, aber noch weiter explodieren, wenn die Tiere hier gemästet werden. Wir haben überhaupt keine Explosion. Entschuldigung, wir haben keine Preisexplosion beim Fleisch. Fleisch ist billig wie nie zuvor. In den 80er Jahren musste man eine Stunde länger arbeiten für ein Kilo Fleisch. Was momentan der Fall ist, ist, dass Biofleisch nicht zu teuer ist, sondern konventionelles Fleisch ist viel zu billig. Beziehungsweise werden Lebensmittel sehr oft für Log-Angebote verwendet, um zum Konsum zu animieren. Und da würde ich gerne wieder zurück mit dem, wo Sie dieses Thema aufgemacht haben. Wir müssen uns mehr beschäftigen mit Ernährung. Was essen wir, was kaufen wir, was essen wir, was verarbeiten wir. Ich glaube auch, es ist doch sehr viel leichter, und das sieht man ja, weil sonst würde das System nicht funktionieren. Es ist immer sehr viel leichter, anzuprangern, dass wer anderer etwas ändern soll, oder? Oder zu sagen, ja, furchtbar, Tiertransporte geht gar nicht, oder diese Haltungsbedingung geht nicht. Aber wie wenig Menschen ist es denn bewusst, dass es ihr Konsum ist, der da auch mit eine Rolle spielt, sozusagen. Und jeder Einzelne macht da etwas aus, oder jede Einzelne. Wie gelingt es denn, und da diskutieren wir ja alle seit vielen Jahren darüber, wie gelingt es denn, das mehr in Zusammenhang zu bringen und zu sagen, pass auf, wenn Tierwohl, Tierschutz für dich ein Thema ist, wenn dir das wichtig ist, dann sei doch aber auch du konsequent in deinem Konsumverhalten. Weil zu sagen, das finde ich schlecht, und dann zu gehen und noch den Preis zu kaufen, bleibt halt die angenehmste Methode, nicht? Und wir haben gelernt, dass jedes Wochenende irgendwelche Preisrabattangebote reinflattern. Und dann ist es halt schwer, wahrscheinlich jemanden vorzuwerfen und zu sagen, du darfst das nicht in Anspruch nehmen, weil dafür ist es ja gedacht, dass es jemanden reinholt in Wirklichkeit, nicht? Wie gehen wir damit um? Also weg von der abstrakten Diskussion, die wir alle seit vielen Jahren führen, hin zu, wie schaffen wir es? Was können Sie da auch in Ihrer Rolle, auch mit der Kronenzeitung oder mit anderen, sozusagen großen Plattformen vielleicht im Hintergrund, wie kann man da zum Umdenken und auch zum anderen Verhalten animieren? Weil wissen tun wir es eh alle, dass es so nicht funktioniert. Immer wieder darüber schreiben, aufklären, aufklären, den Leuten das erzählen, dass sie sich selber darüber Gedanken machen. Und es gibt einfach schon viele, viele Organisationen, die sich darum kümmern. Und eine Plattform in Österreich, das ist Landschaft Leben mit dem Hannes Heuer, die einfach genial ist, da mal reinschauen unter landschaftleben.at, die wirklich den Lebensmitteln auf die Spur kommen, die das ganz genau analysieren, mit perfekten Daten, perfekt ausrecherchiert, wertfrei weitergeben. Wenn ich mich damit einmal beschäftige, dann ist schon mal ein richtiger Schritt und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und natürlich muss ich mir doch bewusst sein, dass Werbung mir immer etwas anderes suggeriert, als es Tatsache ist. Weil wenn Sie die Werbung anschauen im Fernsehen, dann ist das immer der Schweinderl auf der grünen Wiese und die Kuh mit dem Kalb. Das ist aber die verschwindende Minderheit in Wahrheit. Gerade einmal 0,05 Prozent aller Schweine in Österreich leben in Freilandhaltung. 97 Prozent aller Schweine leben in Intensivtierhaltung und 3 Prozent quasi ist die Biohaltung. Und davon aber nur 0,05 Prozent im Freilauf, so wie das, was wir im Fernsehen in der Werbung sehen. Dazu muss allerdings gesagt werden, und das haben wir auch besprochen in einer Folge, dass es unmöglich wäre, alle Schweine in Freilandhaltung zu halten, weil dann jede Wiese von Schweinen bevölkert wäre. Und wir auch mit den Emissionen gar nicht umgehen könnten. Da haben wir auch viel gelernt, sozusagen auch die Vielfalt wiederum dieses Themas. Aber Emissionen, da möchte ich jetzt kurz was sagen. Ein Drittel aller Lebensmittel weltweit werden entsorgt. Die kommen in den Müll. Und dieses eine Drittel macht 10 Prozent der Treibhausgase aus. Also muss man sich vorstellen, wir produzieren 10 Prozent weltweit an Treibhausgasen, damit wir was weghauen. Das ist unfassbar. Um kein Schluss würde man für das Tewol schon oder für den Tierschutz, bleiben wir beim Tierwohl, etwas tun, wenn wir unseren Konsum reduzieren würden? Also Lebensmittelkonsum? Natürlich. Ich bin immer, so wie die österreichische Landwirtschaft ja auch ist, die österreichische Landwirtschaft kann in Wahrheit mit diesen Preisen, mit diesen Dumpingpreisen weltweit nicht mithalten, weil wir den Wasser nicht produzieren. Ich kann auch keinen Stall umbauen, wenn ich kein Geld verdiene mit dem Fleisch. Genau, das ist das Problem. Also ich muss immer Qualität vor Quantität setzen. Und wenn es jetzt immer heißt, ja, aber die Leute können sich das alles nicht leisten, dann sage ich, es muss auch nicht jeden Tag bitte Fleisch am Teller sein. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen, bei uns war das nicht der Fall, obwohl wir die Tiere selbst hatten, war nicht jeden Tag Fleisch am Teller. Das hat es generell in den 70er Jahren nicht gegeben. Das hat es bei uns auch nicht gegeben. Und was vielen nicht bewusst ist, ist auch Wurst ist Fleisch. Auch für ein Wurstsemerl muss ein Tier sterben. Und das ist auch etwas, für jedes Stück Fleisch muss ein Tier sein Leben lassen. Und ich glaube einfach, wenn ich mir das, mach es mal, zu Gemüte ziehe und darüber nachdenke, dann gehe ich auch bewusster damit um. Dieses einfach Wurst, jetzt kaufe ich mir eben Wurst, eben Wurst, kaufe ich mir irgendeine... Ich kann mir doch stattdessen auch einen Semmel kaufen mit irgendeinem Aufstrich, vielleicht sogar mit einem Vegetarischen einmal. Ich will niemanden umerziehen, aber bewussterer Umgang, das eine oder andere Mal darauf verzichten. Und auch wegen einem Preis noch einmal, die Convenience-Food, das explodiert. Immer mehr Menschen kaufen Convenience-Essen, das ist die teuerste Möglichkeit, sich überhaupt zu ernähren. Abgesehen von Ungesundersten wahrscheinlich auch noch. Aber ich kann gut verstecken, dass dahinter Lebewesen steht. Ja, genau. Je verarbeiteter Lebensmittel ist, das ich kaufe, umso weiter weg ist der Zusammenhang. Und meine Erfahrung ist, dass viele, glaube ich, ganz glücklich sind, dass ihnen die Verantwortung abgenommen wird, darüber nachzudenken. Also ich habe immer wieder auch in Gesprächen die Erfahrung gemacht, dass es für manche überraschend ist, so wie Sie sagen, hinter welchem Lebensmittel ein Tier steht. Vielleicht blendet man das auch ganz gerne aus. Aber das macht ja die Diskussion des Tierwohls noch komplexer irgendwie. Wie schafft man es heute in der Anzahl der vielen Dinge und jetzt in dem Umfeld der Pandemie, die uns noch lang begleiten wird in unterschiedlichen Formen, dass das nicht ein Thema der dritten Klasse ist, das Thema Tierwohl und Ernährung, sondern wie schafft man es, das in den Vordergrund zu rücken und bei jedem Einzelnen irgendwie etwas zu bewegen. Wie kann ich Tierwohl auch definieren? Wer definiert Tierwohl? Also momentan wird der Begriff inflationär benutzt. Ein bisschen wie Nachhaltigkeit, oder? Es ist abgeschmackt, bevor es richtig etabliert ist. Genau, auf jeder Plakatwand steht Tierwohl momentan. Das ist auch sehr, sehr traurig. Das ist auch sehr, sehr traurig, weil wir haben in manchen Bereichen jetzt Verbesserungen erwirkt und es wird sofort von Tierwohl gesprochen. Aber nur weil der Schweinl jetzt, der Spaltboden, einen Zentimeter breiter ist, ist es noch nicht Tierwohl. Wer definiert denn Tierwohl? Das ist natürlich eine Marketinggeschichte, auch eine politische Geschichte, wie es formuliert wird von den Politikern. Ich meine, wer soll es oder sozusagen, was wäre denn der Idealzustand? Wie schafft man es, einheitlich Tierwohl für die einzelnen Tierarten festzulegen, abgesehen von den oder ergänzend zu gesetzlichen Regelungen, die es ja in allen Bereichen gibt. Aber wie schafft man es, dass Tierwohl, das ja vielen ein Anliegen ist, konkret wird und nicht individuell definiert werden kann? Hm, das ist eine sehr schwierige Frage letztendlich, wie man das regeln kann letztendlich. Ich glaube, das liegt dann letztendlich auch schon noch an den Journalisten, weil wir sind die, die es nach draußen tragen. Aber können Journalisten definieren, was Tierwohl ist? Also ich glaube nicht, dass es eine einzelne Gruppe sein kann. Nein, ähnlich, aber wir können es den Menschen nahe bringen. Wir haben die Möglichkeit, das Instrument darüber zu reden, den Gedankenaustausch im Fluss zu bringen, was das überhaupt ist. Und nicht einfach immer über Tierwohl auch zu schreiben, nur was ein Politiker gerade sagt. Nehmen wir jetzt gerade diese Veränderungen jetzt her. Es ist, da wurden die Küken, es werden in Österreich ja die Eintagsküken getötet, die männlichen. Das passiert dann, wenn eine Rasse für Eierproduktion herangenommen werden. Und jetzt wurde groß gefeiert, dass das sinnlose Töten der Eintagsküken ist Vergangenheit. Das suggeriert bei den Menschen natürlich, wow, super, das haben wir jetzt nicht mehr, oder? Das stimmt überhaupt nicht. Es ist nach wie vor genauso der Fall. Also es wird wirklich falsch verkauft und man muss das richtig klarstellen. Ich müsste da jetzt eine Viertelstunde noch über dieses Thema reden. Da gab es ja, glaube ich, gesetzliche Regelungen. Die Deutschen haben das Schreddern verboten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist bei uns auch. Aber wo ist der Unterschied zwischen Vergasen und Schreddern? Das Tier kommt zur Welt, um am Tag der Geburt getötet zu werden. Okay, jetzt ist es ja so, dass wir diese Küken schon verwenden können, auch für die Fütterung von exotischen Tieren. Und die Tiere, glaube ich. Und so muss Tiger. Tiger, ja, aber das macht schon auch seinen Sinn. Aber vielmehr muss man doch sofort dahinter schreiben, aber warum züchten wir überhaupt so extreme Hybride? Warum überlegen wir uns nicht, wieder zu Rassen zu gehen, die mehr Zweckrassen sind? Also die für den Fleischkonsum quasi unterliegen von Eiern. Man muss sich mal vorstellen, eine Fleischrasse bei den Hühnern, die kann ich nicht einmal retten, damit sie ewig leben kann quasi bis zu einem natürlichen Tod nach zwei Jahren, drei Jahren. Weil die kann irgendwann nicht mehr stehen. Die hat eine derartige Gewichtszunahme, dass die irgendwann auf den Kopf fällt, weil es gar nicht auffällt. Es gibt allerdings eine Marke in Österreich, die das sehr wohl tut. Das heißt, es werden auch die männlichen Tiere aufgezogen und verkauft. Das ist eine Branchenlösung, genau. Das ist sehr begrüßenswert. Was wäre die Lösung übergeordnet, wenn wir wieder zurückgehen zum Anspruch des Tierwolls zu sagen? Oder was ist die Forderung dahinter? Ist es, dass man nur mehr Hühner züchtet, zulässt, auch gesetzlich regelt? Wo man sagt, dann nutzt man beim Lebendtier sozusagen die Legehennen quasi, man nutzt die Eier und schlachtet dann die Tiere und die männlichen Tiere werden mit aufgezogen. Ja genau, das ist genau so ein Mast. Wer zahlt das? Letztendlich wird es der Konsument sein. Es ist so. Wir kommen nicht drum herum, dass Fleisch, tierische Produkte im Preis etwas ansteigen. Ansonsten wird unsere Landwirtschaft in Österreich das definitiv nicht überleben. Wo beginnen wir das, dieses, weil das ist ja auch eben eine Diskussion, die man seit vielen Jahren führt und jeder sagt, der andere muss beginnen, der Handel sagt, die anderen müssen beginnen, die Landwirtschaft sagt, der Handel muss beginnen, die Politik sagt, der Handel muss beginnen, dort der Konsument. Also jeder tut sich leicht, einer anderen Rolle in diesem Kreislauf zu sagen, fang einmal du an, ich mache dann schon mit. Offensichtlich passiert es ja nicht, außer in kleinen Bereichen und Projekten und Initiativen. Wie gelingt, wo fangen wir an, dass wir aus diesem Kreisel rauskommen? Und es ist wahrscheinlich absurd zu glauben, dass man von heute auf morgen sozusagen alles komplett verändert. Es wird eine graduelle Änderung sein. Du kannst keine nationalen Lösungen machen. Nein, wir können da keine Preise vorgeben, wir sind nicht in einem kommunistischen Staat. Genau. Nationale Lösungen, ich möchte zuerst noch auf das Thema kommen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir diese Kennzeichnungspflicht mehr und mehr zum Gewicht machen. Ich glaube schon, dass der Österreicher, wenn er sich darauf verlassen kann und es gekennzeichnet ist, dass es aus Österreich ist, dass er vermehrt darauf greift. Das würde schon mal unseren Bauern helfen, um überhaupt den Fortbestand der Bauern zu sichern. Man muss sich vorstellen, jeden Tag schließen sieben Bauern, sieben Bauern, jeden Tag die Türen und hören auf. Das ist ja nur ein Zeichen, dass es so nicht mehr weitergeht. Wenn wir eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben wollen in Österreich, die auf Qualität setzt, weil jetzt jammern wir und wir wollen Verbesserungen, aber international gesehen stehen wir schon gut da in Österreich. Wenn wir das weiterhin haben wollen, wenn wir die Lebensmittelsicherheit haben wollen in Österreich und gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das sein kann, wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, dann werden wir diesen Schritt setzen müssen. Und ich glaube, um zu sagen, wie können wir es verändern, ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass das wirklich massiv auch in den Unterricht einfließt. Wir müssen bei den Kleinen anfangen, bei den Kindern anfangen, in der Volksschule schon anfangen, darüber zu reden. Dass die ihre Eltern auch erziehen, oder? So wie es bei anderen Themen ja auch gelungen ist, dass die Kinder das nach Hause gehen. Ich kann mich erinnern, ich war ja bei der Laudaer und was ist da passiert auch, wir haben den Kindern viele Geschenke gegeben an Bord, weil die sagen uns das nächste Mal, Mama, fliegen wir wieder mit der Laudaer und so funktioniert es letztendlich. Gut, das ist dann Marketing, das ist Marketing, das ist Marketing, würde ich sagen. Ja, aber es ist Marketing, aber es funktioniert. Es ist in Wahrheit die gleiche Strategie. Es ist nichts anderes. Wenn wir es den Kindern beibringen können, dann geht es ja nicht, dass man sagt, kaufst du dir die Marke, sondern es geht darum, aber Mama, ich will schon haben, dass wir Bio kaufen, weil Mama, weißt du, den Tieren geht es da schon viel besser. Setzen Sie da Initiativen jetzt wieder über Ihre Plattformen, die Sie haben und kann man da was verändern? Also merken Sie da, was kann man da gestalten, ganz konkret sagen wir so? Ja, also ich habe vor über 17 Jahren den Verein Tierschutz macht Schule mitbegründet, das war auch auf meine Initiative hin, damals mit der Ministerin Rauch-Kallert, weil ich wollte, dass Tierschutz, die Anliegen der Tiere, Bedürfnisse der Tiere, altersadäquat an Kinder weitergegeben wird. Es gibt immer wieder Tierschutzorganisationen, Menschen, die in Schulen gegangen sind und Tierschutz lehren. Das hat mir oft nicht gefallen, weil ich kann nicht ein Kindergartenkind, ein Volksschulkind damit konfrontieren, dass ich sage, wenn du eine Wurstsehme liest, dann isst du deinen Bruder, weil der fühlt genauso wie du. Das ist mir ein bisschen zu heftig gewesen. Ich wollte es mit Pädagogen aufarbeiten, das haben wir super geschafft. Wir sind EU-weit wirklich hoch angesehen, wir werden ausgezeichnet, diese Unterlagen sind gut. Wir haben im Oktober unser Ein-Millionstags-Heft jetzt verschickt an die Schulen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und jetzt hat eben auch, ich habe mich schon erwähnt, der Verein Landschaft Leben hat das Gleiche gemacht zum Thema Lebensmittel. Also da geht es nicht nur um Tiere, sondern auch um den bewussten Umgang mit Gemüse, mit allem, was wir halt so essen und produzieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Weil wenn man jetzt auch sieht, die Millenniums, die wir jetzt haben, die beschäftigen sich viel mehr damit. Auch da gibt es auch den größten Anteil an Veganern, jetzt an Vegetariern. Die wollen es einfach auch nicht mehr haben. Und ich merke auch in Gesprächen mit Bauern, dass immer mehr junge Bauern nicht mehr die konventionelle Tierhaltung haben möchten. Die wollen auch den nächsten Schritt setzen, wenn sie Bauer sein möchten, weil sie wollen ja draußen auch nicht schief angeschaut werden. Das Traurige ist ja, unsere Bauern leisten hervorragende Arbeit. Man kann nicht alle in einen Topf werfen, dass die teilweise ja schief angeschaut werden, weil als wären sie die Tierquäler. Die Tierquäler sind sie aber nicht. Er muss ja produzieren, er muss überleben können. Ein Handelbauer zum Beispiel, nehmen wir die raus, der kriegt für einen Huhn rund zwei Euro. Das ist eh schon gut. Das muss man sich vorstellen, für einen Huhn. Da muss er aber das Küken kaufen, er muss dieses Tier füttern, er muss den Stall saubern, täglich und er muss den Stall mal aufbauen. Da bleibt nichts über, dem bleibt für einen Händel von einem Händel vielleicht 30, 40 Fuß gesehen, wenn es gut hergeht. Das kann nur über die Masse funktionieren. Das kann nur über die Masse funktionieren. Vielleicht um das nochmal zum Schluss auch zu konkretisieren in unserem Anliegen, dass wir Tierwohl konkretisieren wollen mit dieser Staffel. Was kann ich tun jetzt als Konsumentin, als Konsument, aber auch als mögliche Tierhalterin? Also ich würde gerne bei der Breite auch sozusagen des Tierwohls bleiben. Aber welche drei Dinge kann ich jetzt mitnehmen als Ursula Rieglan und sagen, das kann ich in meinem Alltag tun, um Tierwohl zu unterstützen? Sagen wir es mal so. Das Wichtigste, bewusster Einkauf, zu schauen, woher kommt die Ware, die ich mir in den Warenkorb lege, kommt sie aus Österreich, aus welcher Haltungsform kommt sie und nicht nur auf den Preis zu schauen. Ich glaube, ich tue mir auch selber etwas Gesundes. Ich bin der Überzeugung, wenn ich ein Tier esse, das sein ganzes Leben lang nur Stress hatte und nur Leid erfahren hat, das kann nicht gesund sein, das ist immer das eine. Das Zweite ist, dass ich mir nicht Tiere eigennützig anschaffe, nur weil es jetzt gerade hip ist, weil irgendeine Sängerin gerade die Hunderasse hat oder ich glaube, das ist total cool, dass ich mir das einfach anschaffe, ohne weiter zu überlegen. Ich habe die Verantwortung für dieses Tier für viele, viele Jahre. Und zum Dritten, dass ich darüber rede, dass ich Menschen mit einbeziehe in dieses Thema, reden wir drüber. Wir müssen über all das reden, über richtige Tierhaltung, dass ich Menschen auch anspreche, wenn der seinen Hund vielleicht gerade misshandelt auf der Straße, auch das kommt vor den Nachbarn anrede, der Nachbarin anbietet, die vielleicht gerade krank ist, dass ich mit ihrem Hund spazieren gehe. Das heißt, auch ein bisschen Zivilcourage zu zeigen, das würde viel dazu beitragen. Danke, dass Sie mit uns darüber geredet haben. Danke. Vielen Dank. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io. Bis zum nächsten Mal.